Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Smackdown vs. 2.2009 Wir sind hier stehen kriegen Ist die 4. Woche? Ich weiß es nicht Jaaaaaaaaaah Endlich. Endlich. So weit zusammen. Gegen New School? Nee. Gegen the Major Brothers. Oder the Edge Hats. Früher hießen die ja irgendwie Major Brothers oder so. Zack Ryder und Phil Hawkins. Phil Hawkins ist ja jetzt nicht mehr bei der WWE unter Vertrag, aber Zack Ryder glaube ich noch. Jetzt mal schnell zu Boden hauen. Und Tombstone. One, two, yeah. Black Drop. Oh Zack Ryder, er kämpft hier und da fliegt der raus. One, one, yeah. One, two. One, two, yeah. One, two. One, two. One, find out. And there's the tag. Buuu. Oh, the last right power bomb. And there's the tag. And there's leg drop. Benz ist die Marker. er wollte nur gekontert werden ausgekontert werden lass mich doch mal kröch oh man, ich wollte dich durch den Tisch hören das wäre knapp gewesen ein bisschen Zeit, um seinen Gegner zu geben ich schaffe keinen Schaden Scheiße. Ich kann den nicht durch den Tisch schimmern. Finde ich blöd. D.A.T. So. Dann hat er es wieder. Oh, ja. Oh, ja. So, der andere Ticker jetzt wieder. Und... Chokeslam! 1, 2, 3... We did it! 2, 3... 4... Und wir sind vor dem No-Way-Out-Pay-Per-View. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Break the walls down! I'm gonna fight your story, man. Welcome to another installment of SmackDown. With no way out, days away, we have a blockbuster announcement. The Brothers of Destruction will take on New School in a Hardcore Tornado Tag Match. We knew this rivalry was getting hot. And no way out, it's going to explode. As a warm-up tonight, members of each team will face off in singles competition. Oh, then we already know what we're... ...by No-Way-Out-Seen. Finde ich gut. Die Idee. Die Idee... Die Idee. Die Idee. 9,5mal. Kango So. Okay. Okay. Schickt New School eine Nachricht, dass niemand Brutales macht. Findlay im nächsten Match fertig. Lastet den Gegner für einen Bonus Bluten. Okay. Ist dann wirklich so leicht mit dem Bluten bringen oder ist es dann schwieriger? Ja. Und. Doomstone Piledriver. Nein, ich fühle mich noch zum Bluten bringen. Ja. In Elektro kann ich sein Kopf schädeln. Schädeln. Sein Kopf schädeln. Schädeln. Schaden würde ich sagen. Mal beschädigen. Zack. Okay. Das war so leicht. Und. Tombstone. Und. Endes. 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 Es ist vorbei. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja, und ich würde einfach sagen, morgen sehen wir Nowhere Out. Ciao, Leute, zum Tod rein.